Wer sehen, wenn ich für die Zugabe noch ein bisschen Unterstützung hole? Einen grossen Applaus für Andres Springer und Michi Sen! Wir haben heute Abend einen kleinen Kulturaustausch betrieben. Ich habe mich in ihre Welt gespielt und ich habe gesagt, wenn ich hier all diese Boogie Woogie-Zeug auf dem Hackbrett mache, dann müsst ihr auch noch ein bisschen Appenzellermusik lernen. Und darum zum Schluss noch eine Welser mit unseren zwei Boogie Woogie-Musikanten. . Vielen Dank. 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 Vielen Dank.